hallo ihr fantastische leute da draußen willkommen zu einer neuen folge retro panda quält sich ja und heute ist ein wunsch vom lieben boris dran an dieser stelle viele grüße an dich und er hat sich einen titel gewünscht den ich jetzt so seit längerer zeit lang schleiche denn ich habe ihn mal für meine gameboy rückblicke jahresrückblicke gespielt und ganz ehrlich nach einer halben minuten hatte ich schon keine lust mehr dragon slayer der groß der titel war natürlich anfang der 80er in den spielhallen ein riesen hit war das diese zeichentrick grafik hatte im prinzip also wer es nicht kennt das war im prinzip eine art zeichentrickfilm den ihr immer mal wieder entscheidungen auf zeit treffen musstet und je nachdem seid ihr gestorben oder weitergekommen und ja das sollte jetzt versucht werden auf den gameboy umgesetzt zu werden zu ist das franchise ihr könnt euch vorstellen das hat mit der arcade vorlage überhaupt nichts zu tun war schöne zeichentrick grafik oder sowas das ist natürlich nicht möglich ihr seht schon in den vorschau dingern das sieht sehr krümelig aus aber ich würde sagen wir schauen einfach mal rein lange genug der vorrede drängst der legend mein gott manchmal habe ich es aber auch mit der sprache so dann gucken wir mal und ihr seht schon alter ich habe es nur mal kurz nach links gedrückt und schon bin ich totgegangen okay zumindest das hat es mit den cage spielt gemeinsam aber guckt mal wie krümelig das ist ich meine ich spiele das jetzt natürlich auf dem emulator da sie ist etwas größer aber das natürlich jetzt auf dem original gameboy und guckt euch das mal an dieser plattform die es hier gibt kann ich kämpfen kann egal ob a oder b ich springe immer okay das muss ich dem spiel lassen ich habe bisher in keine spiel auf einem hasshorn reiten können herrlich obwohl doggy kong land vielleicht aber ich weiß es nicht äh muss ich da jetzt hoch oder das ist warum falle ich da runter hä hä ok ich glaube safer ist es hier irgendwie hoch zu springen wobei wie gesagt ich sehe nicht ein warum das hier alles ok da war ich sogar auf der plattform gelandet hundertprozentig also auch schon beim anspielen bin ich nicht weiter über diesen startbildschirm gekommen ich habe keine ahnung was man hier machen soll was ich stand auf der plattform ich habe mich nicht bewegt und bin trotzdem gestorben sehr sehr seltsam warum springe ich denn da durch diese treppen durch warum ich kann ja auf dieses komische schild da springen was nicht danach aussieht aber darauf kann ich springen ohne scheiß wie angekündigt habe ich jetzt schon keine lust mehr wenn das spiel ist so heftig scheiße ach hier geht es weiter ich dachte ich muss in diesem bildschirm da irgendwie vorankommen okay warum bin ich da jetzt gestorben das war nicht erkennbar dass das irgendeine gefahr war kann mich hier mal hier gedöhnt sein das habe ich wahrscheinlich verloren weil das das die lobe weg ist keine ahnung das ist doch nur ein berg im hintergrund oder so ich kapiere es echt nicht ich mache es mal gar nichts weil sonst falle ich wieder runter und bin tot das ist natürlich auch irgendwie spielspaß freude pur ja ich muss jetzt hier nichts machen und fahr mit dem kart rum mega spiel mega ich sag euch also prinzip spielt sie es gerade von alleine jetzt bin ich wieder am anfang oder was ist das und geht sich jetzt weiter tut mir leid leid leute aber ich bin einfach nur verwirrt wo soll ich jetzt hier weiter schätze meister gut würden gegner sein oder wie seltsam einfach absurd selbst hat ist dieses spiel ohne scheiß jetzt auch irgendwas im hintergrund ich meine gut das war jetzt mein fehler ich habe mir schon gedacht dass das wahrscheinlich ein hindernis ist aber ich bin immer ein drittletzter geworden war eine grandiose leistung also buch ist danke danke für diesen wunsch ohne scheiß ich weiß nicht was man hier machen soll also die diese diese steine hier einsammeln da scheinen diese live stones zu sein ok 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 schön und gut aber was soll das ganze und wie wieso kann ich hier überall drauf rumspringen und das ist so undurchsichtig und obwohl hier spielgeschwindigkeit fast eingestellt wurde sie seht ja und genau deswegen genau deswegen habe ich da gerade nicht immer hoch gesprungen weil mir klar war dass ich dabei verrecken werde jetzt bin ich da oben auf dem hintergrund hängen geblieben ich weiß mal selbstmordig wobei ich raff es nicht das soll ja diese schienen sein wahrscheinlich ne warum stirbt man also von wenn man drauf springt wieso stirbt man da es wird ohne scheiß es wird eine sehr kurze folge weil ich weiß ne das spiel ist so frustrierend und so scheiße trotzdem vielen dank für den wunsch, liebe Boh grupo und wenn mir hier vielleicht so innige perlen habt ab in die kommentare damit ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen tag egal was ihr noch vorhafte machs gut tschöööööööööööööö-